Hallo, ich bin Barnabas. Ich bin ein Gorilla. Und das ist Oskar. Hallo. Oskar ist ein... äh... was bist du nochmal? Darum geht es hier doch nicht. Stimmt. Also ich und mein bester Freund Hamlet waren im Zoo eingesperrt. Hamlet ist übrigens ein Wolf. Und aus seinem Fell wollten sie einen Mantel für die Tochter vom Zoodirektor machen. Ich hab Hamlet dann mit einem Trick befreit und zum wilden Pack geschickt. Das sind wir. Beim wilden Pack sind alle nett. Sie sind eine große Familie. Sie wohnen zusammen im Paradies. Und keiner ist zum anderen fies. Ja, ich fühl mich wirklich wie im Paradies bei euch. Das war aber nicht immer so paradiesisch hier. Wir haben schon ein ganzes Abenteuer gebraucht, um Freunde zu werden. Ohne Freunde ist es blöde. Ohne Freunde tut es weh. Ohne Freunde ist es öde. Weil ich allein im Leben stehe. Und weißt du, was das Tollste ist, Oskar? Dass wir Freunde sind? Ja, das auch. Aber Karus? Das ist übrigens ein Notenverlag. Die haben da jetzt ein Kindermusical zu rausgebracht. Mit ganz vielen coolen Songs und Liedern. Über uns? Ja, über uns, die Freundschaft, die Freiheit, Zusammenhalt. Apropos, ich bin übrigens ein Pssst. Wenn Sie das wissen wollen, bestellen Sie doch einfach die Noten und führen das Musical mit Ihren Kindern oder Jugendlichen auf. Da erfahren Sie dann die ganze Geschichte. Zu finden unter www.karus-verlag.com